Hallo, hallo, herzlich willkommen auf der großen Bühne. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellt. Ja, wir sind eine große Truppe, bunt gemischt, groß-klein aus der Steiermark. Wir kommen von überall her und ja, wir haben einfach begonnen, das Hackbrot zu lieben und uns gedacht, ja irgendwie, Hackbrot nur so allein, das passt nicht so ganz. Und dann sind wir draufgekommen, ein paar von uns haben Stimmen, die gut klingen und das haben wir kombiniert und damit sind wir gut gefahren. Und das wollen wir euch jetzt zeigen, dass das super funktioniert. Schön. Ich meine, Hackbrett allein wäre es ja quasi eh nicht gewesen, bei 13 habt ihr mit, oder? Ja, wir haben 13 Stimmen. Ich glaube, da gibt es mal den ersten Applaus für den Aufwand, dass das... genau. Ja, unsere Jüngste, die Elena, die spürt nicht nur Hafe, die spürt auch Hackbrett, das werdet ihr dann auch sehen. Wow. Die kann beides und so klein wie sie ist, so groß ist das Instrument, das ist auch einen Applaus wert, glaube ich. Wir haben eine Medli vorbereitet, eine Austro-Bob-Medli, ein bisschen einen guten Mix reinzubringen. Super. Und ihr heißt, lese das richtig, Surfen am Brett? Surfen am Brett, genau so ist es. Sehr cool. Sehr gut. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Weil du stolz bist, wenn du wahnst Und die Trotsel zu wir langst Für dich Weil man warm wird, wenn du lachst Und ein Herz zum Zimmer mocht Für dich Weil man warm wird, wenn du lachst Für dich, für dich und mit rein Weil es bei mir reicht, wenn du lachst Und ein Herz zum Zimmer mocht Weil es bei mir reicht, wenn du lachst Und ein Herz zum Zimmer mocht Was erwartet Und ein Herz zum Zimmer mocht Und ein Herz zum Zimmer mocht Und ein Herz zum Zimmer 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 带 dir das Kind, es ist es ein sausages, weil sie den Bauchiums erzählt, die Künstleren war. �� Platz 2 Anwälter von dir, mit deinem Geist, deinem Geist, deinem Geist, deinem Geist, deinem Geist. Ein Geist, deinem Geist, deinem Geist, deinem Geist. Ein Geist, deinem Geist, deinem Geist, deinem Geist.